Digga, es ist so scheißdunkel, aber ich bin, ich bin Achterbahn. Dikos Achterbahn. Ich bin Achterbahn, Junge. Hab ich jetzt gewonnen? Er ist vor mir, er ist vor mir. Er jagt mich. Meinst du, ich kann seinen Arsch mal anfassen? Ja. Dikos! Du lockst den weg, ne? Oh, ich hab dich! Gut, Chachos. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt sind wir im Teletuby-Land und es heißt nach wie vor Escape the Backrooms. Digga, die Grafik ist aber schon so Unreal Engine 5 oder so, ne? Alter! Hier steht, be inside and turn the lights off before the 10 p.m. curfew. Curfew? Was auch immer curfew heißt. Ja, gute Frage. So lange laufen bis es dunkel wird, oder was? Digga, ja, aber schau dir mal das Gras an, ne? Digga, das sieht schon heftig aus, oder? Auch so wie das so im Wind weht. Alter, Schwede. Alter! So stelle ich mir, ey, wenn so Ark Ascended ist, ne? Alter Schwede, du gehst da durch die Prärie und das Gras, das watschelt so hin und her. Richtig geil. Ja, aber wenn Ark Ascended aussieht wie Backrooms, dann wird der Kram direkt in die Tonne getreten, ne? Warte mal. Ey, soll man das Licht an oder ausmachen? Das hab ich jetzt nicht verstanden. Ausmachen. Licht ausmachen. Licht ausmachen, dein Ernst? Ja. Okay. Schadda, es steht auf dem Schild auf jeden Fall. Äh, in welcher, ach du warst du doch in gar keiner Tür drin? Digga, da ganz, ganz in der Ferne, da sehe ich irgendwie so ein Schloss. Ja, die Frage ist, was, was, also worum geht es jetzt überhaupt? Ja, wir müssen hier einfach abhauen, aber es wurde uns noch nicht weiter erzählt, wie es weitergeht. Ähm, wahrscheinlich in der Nacht überleben, ne? Oh, ich hab wieder Mandelwasser, also wenn du wieder ein bisschen for shizzle my nizzle brauchst, hättest du da zwei. Oh, schon, so hast du ein bisschen Häusern drin oder was? Ja, aber nur wenn oben so eine Schublade ist, dann kriegst du das. Ich mach jetzt einfach mal überall das Licht aus, ne? In den ganzen Häusern, in denen ich unterwegs bin. Hä? Kann man nicht jedes Haus aufmachen? Man kann jedes Haus aufmachen, ja. Okay, ich stehe davor, es geht nicht auf. Ne, nicht? Ne. Ja, du bist auch schon richtig krass weitergerannt. F ist die Taste. Press F for respect. Okay, ich mach überall erstmal das Licht aus. Patz. Und hier haben wir auch wieder was. Digga, wenn es dunkel wird, Junge, du sollst erstmal laufen, Strecke machen. Mhm. Digga, so, wir wollen irgendwo ankommen. Wenn wir irgendwo ankommen, wenn es dunkel wird, dann bleiben wir auf dem Weg an einer Raststätte stehen. Marvin so, okay. Raststätte, die erste, die er sieht. Ich hab das Gefühl, es ist ja immer so, man muss ein Rätsel lösen. Und ich hab ja gerade gedacht, so, okay, ich muss in jedes Haus gehen das Licht ausmachen, damit der Tag auch vergeht. Sonst vergeht der Tag einfach nicht. Das war so mein Guest einfach so, aber ich weiß nicht, ob das so korrekt ist. Also ich würde sagen, wir laufen Richtung Schloss. Ja. So lange, bis es dunkel wird. Und wenn es dunkel wird, dann müssen wir ins Haus rein, das nächste, was wir sehen, und Lichter ausmachen und wir überleben. Okay, also dann hab ich jetzt zumindest schon mal drei Mal. Oh, es wird, die Sonne geht runter. Alter. Die Sonne geht sogar ziemlich schnell runter. Alter. Alter. Hä? Okay, ich bin gefickt. Ich auch. Alter. Hey, die Tür! Okay, ich bin im Haus, Licht ist aus. Ja, ich seh nichts. Ich seh absolut gar nichts mehr. Ich seh nichts. Ist das gerade noch richtig, was ich hier mache? Ich glaube, ich hab mich irgendwo im Schrank versteckt. Alter, wie schnell es dunkel wurde! Es ging schnell dann, ja. Dankeschön, Motorfire. 22. 23, ich kann nicht mehr reden. 23, das ist sofort, ich hab mir lose. Aber ich glaube, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Hä, wie das denn? Äh, Mandelwasser. Also, kein Mandelwasser. Ah. Ah, es wurde Tag. Ich liebe dieses Spiel einfach, ne? Digga, du bist einfach so schlecht in diesem Game. Das ist so krank, Alter. Digga, es war kein Mandelwasser da. Was soll ich machen, Alter? Deswegen geht man vorher in die Häuser. Ich will nicht in die Häuser gehen. Und checkt das einfach ein bisschen ab, so, ne? Ich war schon fast bei dem Schloss, ey. Du warst schon fast da? Ja. Alter, dann laufe ich da jetzt. Muss ich der Straße folgen, oder? Nein. Hörst du das? Ja, das, ja. Guck mal, wie viel Mandelwasser hier ist. Du hast nichts gefunden, willst du verarschen? Ich bin nicht die Straße langgelaufen, wie so ein, wie so eine, weiß ich nicht was, Alter. Ja, wäre wohl besser gewesen, oder? So ein Mädchen, ey. Wie so ein Mädchen. Ich bin richtig schön, richtig schön, einfach in die Wicken gelaufen. Richtig, und direkt straighter Weg zum Schloss. Okay, dann muss ich von hier oben erstmal schauen, wohin. Oh. Okay, meinst du, ich schaff's bis zum nächsten? Oh. In dem Level verliert er sehr schnell Sanity. Nur zur Info. Ähm, Google, Google, das wäre eine coole Info gewesen, am Anfang der Level zu. Also, bevor ich innerhalb von 20 Sekunden zweimal diesen komischen Anfall bekommen habe. Okay, ich mach schon mal auf. Oh, kann ich noch weiter gehen? Okay, ich kann hier rüber gehen. Hast du noch ein Mandelwasser da? Ja. Ich snack einfach einmal schon mal. Digga, aber wie schnell es gerade dunkel wurde, ne? Das war nicht mehr normal, ey. Ja, geht auf die anderen Straßen. Wo, 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 wo läuft's denn? So, von Haus zu Haus, so wie man's logisch macht, du Lappen. Logisch läufst du Richtung Schloss und sobald es dunkel... Was ist in deinem Haus? Vielleicht, weil du die Tür öffnen lassen hast? Da sind vier paar rote Augen. Ich seh nichts. Aber ich hör was. Oh, ist wieder Tag? Oh ja. Ich kann jetzt rausgehen. Hallo? Ich seh nichts. Ist noch dunkel? Ah, okay. Okay, äh, wo ist das Schloss? Hier, ne? Sprün mal. Äh, ne, nach rechts, glaub ich. Hier rüber? Ja. Digga, ich muss dieses Game immer, immer alleine spielen, ey. Immer. Weil das Game mich einfach hasst, alter. Digga, jedes Mal. Hast du schon ein Level irgendwie durchgespielt? Ich hätte gerne meine Ausdauer. Das Wasser, als wir in diesem Pool waren. Digga, du warst schon fast da. Du bist ja nicht durchgerusht, ey. Ja, hier ungefähr war ich irgendwo, ja. Digga, wer hat das denn gebaut hier? Guckt dir das mal an. Oh, oh. Meinst du, ich komme noch einen weiter? Ja, da unten auf jeden Fall, ja. Ist halt ein bisschen was von Mario, finde ich. Dass das so ein Luftschloss ist. Ein bisschen was von, äh... Achso. Ein bisschen was von diesem... Wie heißt das Reise nach Jerusalem? Digga, nimm das doch! Mainhunt. Okay, ich muss das jetzt einmal nehmen. Glock. Äh, bei uns ist es nicht mehr warm. Wir haben jetzt gerade 18 Grad in Hannover. Mach auf die Scheiße! Okay, kann ich noch einen weiter? Oh, nein! Kann ich nicht! Und unter das Bettchen. Oh, Samstag soll es aber 26 Grad werden. Und überwiegend sonnig. Ja, wie Deko hat auch die Stimmung hier zerstört, ey. Ja, was, Digga? Ist es dunkel oder ist nix? Ja, morgen, äh, gibt es neue Nachrichten. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Ja, morgen, äh, äh, gibt es neue Nachrichten. Ist es schon wieder hell? Du bist unter dem Bett wieder, oder? Ja. Oh, da kommen gleiche die Clowns? Nee. Doch. Irgendwas für euch. Ab, ab, ab. Die Sonne geht auf. Kannst los. ja jetzt aber durch jetzt wird durch gesprintet hier auch da in die richtung aber ich brauche wieder mandel kacke marvin zur info der dev also spieler hat alles alleine gebaut das ist so sieht es auch aus aber ich muss sagen das gras hat er gut hinbekommen hier hast du gehört dass die unity engine jetzt was kosten soll nee gibt ja richtig viele games die in der unity engine programmiert wurden und die entwickler der unity engine haben jetzt gesagt ab einem gewissen ab einem gewissen grad von verkäufen von den spielen ja müssen sie entwickler eine gebühr zahlen für die unity engine okay aber gut wenn man es nutzt warum nicht nur jetzt habe ich so langsam bisschen kackern und meinst du jetzt aber rüber rennen das wäre aber schon hart jolo jetzt oder ich muss dadurch ich hoffe du schaffst das ist so leiter ist ich habe kein mandelwasser das wird nicht der unterschied zwischen meint und ein boost mein boost ist ohne koffein ich muss jetzt hier auf die stimmung klarkommen kannst du mir kurz die definition von ameisenbär geben auch kommen ja easy easy digger ich muss deko mal wieder komplett carry easy beasy alter wo sind wir denn hier den komischen themen über die ich rede lenke ich einfach nur ab damit du nicht einschalt hast du angst vor einem clown kann ich die aktivieren diamond space dankeschön okay man kann die bewegen mit so ein bisschen hier können wir nicht rein vielleicht alles runter schieben vielleicht geht es dann hoch nee oder die dinger hier bewegen nee mal wieder so ein rätsel du bist der rätsel heinrich muss auch mal was klar kriegen muchachos keine tipps am anfang ja erst später wenn wir wenn wir gierig werden warte mal können wir die sachen nehmen vielleicht abräumen hier können wir irgendwas in die hand nehmen irgendwas werfen oder so ja hier ist ein würfel ach so wenn vielleicht umwürfel figuren können wir den können richtig werfen oder können wir schieben den können wir leider nur schieben irgendwie hier warte mal ist das was denn da drauf ein stern drauf ach der stern hier vielleicht hier drauf ja 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 so gibt es noch mehr von denen hier sind auch noch irgendwelche würfel oder ist der warte mal was steht denn hier drauf ja digga pro fucking hier ist noch ein würfel mit dem stern hier ist ein kreis dann war das vielleicht falsch über den kreis ja digga geht doch easy hier ist ein würfel mit einem okay der ist falsch hier der muss weg und der muss da hin aber was ist da mit dem anderen der kommt so weil da noch ein kreis drum ist ja und jetzt haben wir alles geklärt eigentlich was passiert easy alter easy oh nein der gewässer sind wir bei es hallo kann ich ihnen die hand geben bonjour okay das ist schon clown sind mir suspekt digga guck mal an die grafik schon geile hier erst mal nach der bahn hier komm da können wir da rein 3 hier aber das ist nicht gut was gerade gehört ja warum 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 ich habe ihm nichts getan was passiert hier was passiert passiert hier was du das licht ausgemacht ja ich habe das nur ange angekackt bist du das gewesen hast du was das ich soll ich da mal hingehen sehr einfach überhaupt nichts hier ich versuche da hinzukommen wo willst du hinkommen ja da wo das licht ist wo bin ich hier oder bewegt sich irgendwas aber die achterbahn mit laufen aber nicht ja ich sehe aber auch nichts mehr er war zum fick ist er das die gäste gar nichts mehr leider kann ich hier raus rennen auch nicht ich habe absolut keine ahnung ich bin irgendwo reingelaufen ich wollte nur zum zum licht gehen was da war und hat mich irgendwer abgeholt der was ist das für ein kurzer timer hier alter ich verstehe nix sind hier wirklich killer frischer unterwegs die wollen warum quaken weiter kann man jetzt schon bei 100 war du und jetzt gesteht er doch kannst du da reingehen jetzt da steht da ich fahre ich sehe gar nicht sogar es ist einfach dunkel die ganze so scheiß dunkel aber ich bin ich bin Achterbahn Dekos Achterbahn ich bin Achterbahn Junge habe ich jetzt gewonnen immer muss ich Marvin Carreyn alter immer muss ich Marvin Carreyn der Typ kann echt überhaupt nichts ich weiß was da gerade passiert ist aber du hast es irgendwie geschafft oh ja hier ist alles Digga Taschenlampe Saft oh hallo hier alles guck mal drei Taschenlampen den Rest habe ich schon eingegeiert wo ist mein Saft Digga warum ist das schon wieder ist dunkel hier alter oh weißt du das ist das Koks nein 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 was ist das hier schon wieder warum kackst du dich ein ich hasse ein Labyrinth ey ja aber hier ist ja nix hä wo sind wir hier man ich gehe nach links irgendeiner Bunker da ist nix nee hier aber es ist echt scheiß dunkel oh oh haben wir wie ein Tipp bekommen lass mich jetzt erst drauf gehen links oder rechts ich gehe jetzt mal tut's irgendwas ich habe keine Ahnung ich gehe rechts lange nein nur einer muss ans Ziel kommen rechts war eine Sackgasse okay dann komm zu mir hier geht's noch weiter ich gehe langsam Deko ich gehe langsam ja ich sprinte ja hier rechts hier links oder oh ja hier ist eine Sackgasse ich komme zurück das dürfte ja hier irgendwo sein oder wo bist du geradeaus oder wo bist du Digga dann ich leuchte kurz zurück oh fuck ey hier irgendwo ich habe keine Ahnung Digga ich bin in der Gabelung wo wir uns getrennt haben das Dinger das dürfte hier sein ja hier aber da bist du nicht ja doch hier ja ich bin aber ich bin anders lang gegangen war der Weg zurück oder was nee wo du jetzt warst war vorne du bist zuerst rechts gegangen das hier ist links und du bist gerade nochmal geradeaus gegangen okay oh nein du trennst hier ist auch schon wieder ja ich gehe hier links wobei ich fahrt hier oh nein es geht nach oh hier ist die Tür oh nein oh ein Mandelwasser okay dann gehen wir mal weiter ne Dackgasse Digga ich dachte Tür ist nicht schlecht ey oh ja schon wieder wie bei Mordschwee assistet alter ich spann so meine Schultern an alter so angespannt ey fick mich oh hier ist wieder was es ging auch rechts lang ne mit deiner Gabelung links gegangen Digga ich wo wieso gehst du ohne mich ja weil du welche Säfte trinkst oder so weiter Digga jetzt jetzt ja links war Sackgasse ja okay ich hoffe wir gehen den Scheiß nicht wieder zurück ich gehe geradeaus ich folge dir erstmal Alter ich weiß nicht ob hier irgendwas ist ey wenn das einfach nur ein Labyrinth ist dann ist es ja scheißegal aber wenn hier irgendwas mit rumläuft was es bestimmt tut dann habe ich richtig kacke in der Hose ah ich sehe irgendwas das Licht warte da hinten okay ich komm zu dir oh bitte 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 echt jetzt schon nein ist das der Spawn Digga das Eisgeld der Spawn ne ey Dekoman ich hab dir doch gesagt du bist Eisgeld doch zurückgelaufen deine Mama ist zurückgelaufen doch 100 pro Alter so mieser sanft einmal oh oh wo war jetzt links oder rechts gut dann werden wir ja gleich sehen oder oh nein ja eine andere Seite Sackgasse ich hab wir sollten uns so langsam beeilen Deko wir sollten so langsam ja dann lauf doch aber wir müssen ja trotzdem zusammen bleiben hier die Tür ne hier gibt's keine Tür doch hier rein oh bist du noch hinter mir ja oh Digga warum gibt's hier so viele ne hier hier nichts hier nichts würde ich sagen hier rechts ja hier war eine Tür oh warte ich muss äh 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 Wasser wie äh äh Wasser Mandel hier ist rechts hier ist rechts hier ist rechts hier geht's weiter ne wir laufen rechts und wieder zurück klar bin ich voll äh warte mal ich glaube ich bin ich bin links gelaufen und links war eine Sackgasse nicht doch hier ist eine Sackgasse ja das heißt wir sind dann hier lang gelaufen und dann sind wir gerade ausgelaufen hier lang da kamen wir zurück das heißt wir müssen jetzt hier lang testen da lang ok ja es sieht ja jetzt schon mal gar nicht so scheiße aus gerade ok soll ich hier erstmal bleiben ja warte lass ich mal gucken was hier denn äh äh was ist da äh äh was da wird zurückgekommen das hier ist wieder die Ecke wo die Saftschorle stand hä denn hier rein äh oh hä oh oh ich war auch noch nicht ah ok ich muss äh Saftschorle 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 ja gönn ich mir genau hier ist irgendwas hier ist was ein LiDAR Scanner Digga was für ein Scanner ein LiDAR Scanner Flashlights don't work past here ja Digga wo bin ich denn hä wie heiß ich ja Digga Flashlight wirkt nicht mehr ja ok also das jetzt nehmen ja ja du warte ich geh mal kurz weg nein 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 komm Digga ich ne hä ah Marvin was was machen wir hä müssen wir jetzt durchs Dunkel gehen einfach aber hier ist nichts doch das ist du ich höre ich höre was atmen der ist ganz nah bei uns der rote Punkt oah alter oder bist du das ok ich geh jetzt ich geh jetzt ich geh jetzt einfach ich geh auch weg ah oh bin glaube ich tot ah ah ja nein das sind du kacke fick mich ich seh gar nichts ich brauch ich auch nicht ah ich höre ihn ah oh ich bin tot wie er hat mich ich bin einfach in den Reingelaufen Digga der rote Punkt ist das Böse ja renn ja ich versuch's aber wo wo kann ich lang Digga lauf einfach lauf weg wo kann ich lang Junge Digga ich seh auch nichts ne natürlich sieht man nix zwischendurch zwischendurch verschwindet mein Handscanner ich glaube das kommt davon dass ich gegen ne Wand laufe mhm ja ich glaube auch aber oh ich höre was Schritte wo soll ich lang Junge ich weiß doch nicht ich seh doch nix ey ich komm gefühlt alle zwei Meter an ne Wand ey perfekte Scheiße wer hat sich so ne Scheiße ausgedacht alter ist der Lachs in deiner Nähe ja sehr sehr in meiner Nähe ah ok hast du irgendwas hat sich geändert ja wurde gesagt mit linker Maustaste kann man drücken dann kommen welche Punkte aber ich weiß nicht so richtig ah ist das die Umgebung vielleicht kann ich da hinlaufen zu den Punkten oder ne Punkte ist Wand ah ok dann kann man zumindest so ein bisschen was sehen wo man durchgehen kann oh das ist oh oh danke für den Tipp mit der Maustaste alter ah warum geht's hier nicht weiter da ist irgendwas ich seh ich seh Licht nein ich bin wieder ah ah nein ah geil f*** mich hallo komm Deco komm Deco hallo hä aber hier ist doch ne Sackgasse hä hier ist einfach nur ne Sackgasse oh hier geht's weiter oh oh ich ich hör ihn oh oh er ist vor mir er ist vor mir er ist vor mir er jagt mich ah ah nein alter alter f*** mich ey ok aber jetzt weiß man zumindest wie es geht aber wie soll man dem vorbeikommen alter ok warte wir brauchen wieder so ein Lieder oh jetzt haben wir auch alles verloren ne wir haben kein Mandelwasser mehr so scheiße ja muss irgendwie klappen oh hier steht noch warte hier steht Mandelwasser Mandelwasser ja ein zwei glaube ich ok hab ich jetzt einen ok einen hab ich ok geh erstmal vor ich seh ja gar nichts linke Maus aus dem Punkt zu wo nichts ah doch irgendwas passiert da eigentlich müsste es anfangen zu leuchten hörst du das? er sieht aus wie so ein Sternenhimmel hier alter Digga hörst du das? ja natürlich höre ich das oh er ist weg ich geh hier links lang ne hier ist ne Sackgasse oh oh ich weiß jetzt dass er nicht hier reinkommt alter Digga Digga ich seh gar nichts Deko ah jetzt sehe ich wieder was ich glaube er ist bei dir Deko ich glaube er ist bei dir ja ja er ist sehr nah bei mir ja man kann schleichen oh fuck er kommt auf dich zu gerade auf mich? nein oh hier geht's so weiter ok er läuft einfach gegen mich ich hab Angst er ist bei dir oh ich geh weiter warum? wenn du dich hinhockst sieht er dich nicht einfach hinhocken und nicht bewegen oh oh fuck dich alter er ist da mir vorbeigelaufen wieder oh komm zurück er ist gerade bei dir das heißt ich kann nur losrennen ne? hier links lang gehen ich geh einfach einen anderen Weg ja? ja oh scheiße das ist doch kacke hier er ist bei dir ne? kann das sein? ja er ist bei mir ja ja er ist bei mir ich nehm mal an der Weg den Erkett ist richtig oder? könnte sein er läuft zu dir er läuft zu dir er läuft zu dir er ist wieder bei mir Digga ich komm gerade so krass vorwärts oh nein hier ist ne Sackgasse fick mich hier ist ne Sackgasse fick mich ich bin in ne Sackgasse gelaufen ach das ist ne Wand Digga ich bin die ganze gegen ne Wand gelaufen ja aber warum nutzt du deine scheiß komischen Punkte nicht? ach hier das muss doch richtig sein hier oder? ich kann mich da mittlerweile richtig gut mit äh orientieren mit den Punkten ja ist schon gar nicht so schlecht muss ich sagen ja hat mir was wie so ne Psychedelic Party hier ach Digga so ne Psychedelic Party wie echt geil äh er ist nicht mehr da brave er ist nicht mehr da er ist nicht mehr da er ist richtig weit weg ok das ist schon mal gut ich brauche einen Handel die Farbe hat sich geändert hier blau ist meins ich hatte gerade so türkis und rosa ok er kommt wieder türkis hab ich was ist denn blau? also ich hab hier gerade wirklich einfach komplett blau ja ich hab hier auch so dunkelblau ja vielleicht ist das dann der gute Weg oder? vielleicht ist das ein Zeichen? ich geh auf jeden Fall grad wieder einen neuen Weg hier ist noch nichts angepunktet ok dann nur einer muss ins Ziel kommen nur einer muss ins Ziel kommen daddy hat es ey komm zu mir du siehst mich doch glaube er kommt bei dir wieder also hören tu ich jetzt hör ich grad was ohohoh ich hör nichts, ich hör nichts oooooohh! wohnt ihr der Ausgang bitte! ja oder? ja da ist die Tür ja hallo jetzt aber Sprinten Verstecken und beide werden vom Wehrwolf gefressen. Easy Rektion. Okay, ich würde sagen, dann können wir einfach direkt weitergehen hier. Hier unten ist es überflutet alles. Mandelwasser, Energieriegel. Digga, er gönnt sich erstmal richtig. Oben ist nichts. Oh, hier ist ein Boot. Alter. Warte, hier steht was. Beware of the thing. Okay, das heißt, wir dürfen wahrscheinlich nicht ins Wasser fallen. Wie kann man das irgendwie... Hier, guck mal. Yeah Baby, willst du mit drauf? Wie? Mit F. Meinst du, es ist besser, wenn wir beide auf einem Boot sind oder beide getrennt? Ne, beide getrennt, los. Und Abfahrt. Lass uns erstmal zu einem Boot, äh, zu einem Haus und Mandelwasser holen. Einer links, einer rechts. Richtig, es hat was von Waterworld hier gerade, ne? Ich muss sagen, Waterworld war damals echt ein geiler Film. Geiler Film, ja. Den durfte ich mir nie anschauen. Meine Mutter hat immer gesagt, nein, schau es dir nicht an. Bei Starship Troopers, egal. Baller hier erstmal ins erste Haus rein. Ich werde auch ins erste Haus gehen, dass ich sehe, wo ich rein kann, falls es geht. Vielleicht kann man da so rein rudern. Das ist die Frage. Okay. Ja, da kann ich irgendwie mal so rein. Perfekt. Oh, was habe ich denn hier? Eine gierige Mandelwasser. Ah ne, hier ist ein... Ja. Hab ordentlich Scheiße eingesammelt. Oh, Alter. Da kann ich dir auch ordentlich was geben. Nehme ich auch nochmal mit. Mandelwasser. Und dann würde ich sagen, rein hier. Ich schon zum nächsten Ding. Abfahrt. Oh, da hinten ist ein Leuchtturm. Ja, ähm. Ich kann mich hier nicht mehr bewegen. Ähm. Oh, mit Leertaste ruderst du zurück übrigens. Wo ist... Baller zum Leuchtturm? Abfahrt. Es wird neblich. Ich höre komische Geräusche. Echt? Bei mir ist das noch chillig. Ja. Fick mich. Digga, bei mir ist alles safe, Brody. Ich baller weiter. Dann ist er wahrscheinlich gerade bei dir. Dann musst du vielleicht, äh... Ich geh aufs erste Haus, was ich sehe hier. Ja, mach das mal. Oh. Oh, oh. Juhu! Boah! Ey, ich bin gerade vom Boot ausgestiegen und ist einfach ins Wasser gesprungen. Ins den Leuchtturm. Ich bin einfach im Wasser gespawnt, ey. Oh, oh. Ich höre es jetzt auch. Aber auf meinem Lidar kann ich nichts sehen. Und sie baut das noch überhaupt? Oh, gute Frage. Ich würde jetzt auch mal kurz hier abdriften. Oder soll ich einfach weiter ballern? Komm, ich baller weiter. Hilfe? Füßchen? Irgendwo in die Richtung müsste der Leuchtturm gewesen sein. Da warte ich einfach hin. Oh, ich sehe den Leuchtturm. Ja? Scheiße, ich nicht. Oh, ja. Komm, da muss ich doch bestimmt hin. Da muss doch irgendwo hier sein. Aber was hat das jetzt mit diesem Viech auf sich gehabt? Ich habe absolut keine Ahnung. War das nur so ein Angst machen? Ist das gar nicht das Ding? So wie Loch Ness? Ja, werden wir ja gleich sehen, ne? Ich baller mal hier aufs... Warte mal. Nein! Nein! Er ist im Wasser gespawnt. Oh! Oh, habe ich mir gerade Kacke in die Hose gemacht. Warte mal. Was ist hier? Hallo? Oh! Leuchtturm. Hast du gerade getütet? Guck mal, ich kann hier... Ich kann hier reingehen. Warte mal, kann ich mir noch irgendwas anziehen? Ich glaube, ich brauche dich auch hier auf der anderen Seite. Hier, links von dir. Komm her, Dicko, los! Dann komm mal schnell rein hier. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, ne? Aber ich würde sagen Abfahrt. Soll ich in so ein Heilkäfig reingehen? Keine Ahnung. Achso, man sollte vielleicht noch was mitnehmen. Vielleicht den Helm aufheben. Ja, habe ich. Kann ich den auch anwenden? Ah, hier. Ach, guck mal. So! Guck mal! Hallo! Wie hast du das gemacht? Also... Im Ventar. Vielleicht noch ein Seil mitnehmen? Okay. Okay, dann schnell, komm her. Ich habe letztens auf Instagram bei den Reels so eine Ding gesehen, wo so ein Hai-Tauger war in so einem Käfig drin. Und auf einmal hat sich einfach der Hai in den Käfig reingeballert, Alter. Nein! Was dann? Ja, da richtig krass rumgewackelt, rumgeschaukelt, alles spritzt mit Wasser. Oh, oh. Hä? Geht das Ding auf? Ne. Ah! Was passiert hier? Das Ding auf? Was willst du raus? Ja, versuch mal. Ne, geht nicht. Zum Glück. Oh, hinten. Oh. Nein. Nein. Was willst du wählen? Keine Ahnung, Brudi. Was ist da gerade passiert? Hier ist eine Lampe, hier ist eine Lampe. Eine Lampe? Ja. Wo ist eine Lampe? Hier ist ein Tunnel. 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 Nein. Lappen-Tunnel. Ne. Ich bin da. Ich bin im Tunnel. Ich tauche. Ich tauche da unten. Okay, du musst es schaffen, Digga. Ich bin scheinbar jetzt weg. Ne, hier ist der... Oh, wo hast du... Hä? Ich bin da hinten geschwommen. Digga, was? Wo bin ich? Aber es sieht gut aus. Bei mir sieht es kacke aus, Brudi. Kann sein, dass der Fischei, Aal oder was auch immer das ist, vielleicht die Eier rasiert. Also... Oh! Ich glaube, ich habe es. Ja, und ich schwimme immer noch rum. Äh... All around me, what we want on a happy birthday. Hallo! Ja, vielleicht... Ich muss wahrscheinlich noch da hinkommen. Oder ich gehe eben drauf. Das ist ein schwarzer Bildschirm. Ist bei mir einfach nur. Ich sehe gar nichts, Alter. Okay. Dann sieht es vielleicht bei mir auch noch besser aus, oder? Hä? Ich bin gerade richtig los. Ich habe kein Plan, was hier abgeht. Digga, wie lange? Ich gehe einfach nur Wasser platschen. Warte mal. Oh, fuck, ey. Kann ich irgendwas nehmen? Oh, ich muss auf Klo, Junge. Ich geh jetzt auf Klo, ne? Du schaffst das. Irgendwo war an so einem Felsending war so eine Lampe, die ich von außen gesehen habe. Da habe ich mich reingeschwommen. Da war ein Tunnel. Dann ist dann geradeaus. Dann ist da unten. Äh... Such sowas. Digga, witzig für Kakaian! Oh, 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 oh. Digga, wo hat denn Deko was gesehen, Mann? Der große Stein? Ja, ich bin doch beim großen Stein hier. Da oben drauf? Nee. Oh, 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 die Musik wird krasser. Die Musik wird krasser! Also wenn, dann muss das ja hier irgendwo sein. Ich bin maximal weit oben. Digga, macht mich alle fertig. Keine Ahnung, wie Deko da irgendwas gesehen hat, ey. Ich bin hier mitten im Ozean, ey. Digga, aber das Deko, das auch Insta gefunden hat, ey. Direkt neben dem Käfig. Echt? Ja, fühl dich jetzt nochmal zum Käfig. Nein. Ich könnte mal an die Oberfläche schwimmen und dann schauen, was passiert. Mach ich mal eben. Nee, wenn ich draufgehe, dann nicht, Digga. Ich schwimme unendlich lang nach oben. Scheiße, ist auch nicht. Digga, jetzt hab ich ein fettes Problem, ey. Leck mich, Digga! 100 Jahre später. Digga, ich glaube, ich hab hier die Weltgrenze erreicht. Kannst du dich einfach rumbringen lassen, oder so? Ja, wie? Digga, ich hab hier auch schon versucht. Ah! Ah! Ja! Ja, das ist er! Ah! Easy, Digga, Muchachos! Easy! First Try übrigens! Easy, Alter! First Try! Wo ist mein Leben? Wie heiß ich hier eigentlich gerade? Ich weiß nicht mal, wo links und rechts ist. Hä? Was? So ein Anfänger, Alter. Digga, hast du gerade gesehen? Es hat sich einfach alles gerade plötzlich gedreht, ey. Wo sind jetzt die Lichter? Ich sehe die Lichter nicht mehr. Die ganze Zeit, die Lampen waren weg irgendwann. Einfach nicht gegen den Felsen schwimmen, sondern da, wo nicht Felsen ist, Junge. Hier? Ja, warte, schwimm wieder nach oben, wo du herkommst, ja. Warte, nächstes Mal nach unten gucken. Warte, so. Digga, hier ist doch nichts! Kann ich mich richtig mit angucken, Alter. Digga, da geht's doch weiter! Hier? Ey. Es ist unfassbar, ey. Einfach so ein räumliches Vorstellungsvermögen, wie so ein Stück Brot, ey. Einfach Schwede. War doch First Try jetzt, oder? Ja. Man muss sagen, es war noch der First Try. So. Oh. Walkie-talkie? Walkie-talkie? Oh, ne? Taschenlampe wieder. Ermöglich die Kommunikation mit deinem Teamkollegen aus der Ferne. Hallo? Bitte hören Sie auf damit! Hallo, Mr. Deko? Schwanz? So, okay. Ich gön mir mal so einen Snack. Ich hab übrigens Mandelwasser mitgenommen, falls du was brauchst, ne? Mandelwasser habe ich mir gerade reingeballert. Ich habe noch vier Stück oder so. Ich gönne mir jetzt alles. Oh, was sagt der? Nein, nicht wieder das Mistviech, ey. Ey, ich hasse dieses dreckige Mistspiel, Alter. Aber der hat mich auch einfach weggeballert. Wo sollen wir denn lang gehen, Alter? Müssen wir mit dem Walkie-talkie den irgendwie anleuchten, oder so? Mit dem Walkie-talkie anleuchten, ja. Ich glaube, das ist es. Das Zeug ist nicht bekannt. Aufsache ich warte einfach auf ihn, Alter. Oh, Marvin geht doch auf mich, ey. Bestes Teammitglied. Warte mal. Also die Tür ist doch nicht wieder aufgegangen bis jetzt. Ich bin tot. Hast du einen anderen Weg gefunden? Ne. Ey, wie kommt man denn... Vielleicht dran vorbei rennen. Achso. Geht das Ding nicht auf? Ja. Nein. Ey, warum nicht? Schleichen. Du schmutziger Fickfisch, ey. Ich sammle Walkie-talkies und Taschenlampen. Die Magic-Karten. Okay. Schleichen jetzt. Probier's mal mit Schleichen. Ich warte hier hinten. Ich renne einfach los. Skiii. Skiii. So, ich renne mal durch und du schleichst. Ja, ich renne durch. Warte. Ich zeige ihm meinen Ausweis. Geh weg. Ich hab ihm meinen Ausweis gezeigt. Ich konnte aber nicht weiter rennen. Er war blockiert. Okay, ich mach's einfach alleine jetzt. Okay. Also hockend kam ich vorbei. By the way, schleichen ist mit Steuerung, nicht mit C. Und du packst das Ding. Das ist der Case. Als du deinen Ausweis gezeigt hast, wolltest du vielleicht schleichen. Nee, nee. Ich wollte durchrennen. Aber da war eine unsichtbare Mauer. Also ich konnte da gar nicht durchrennen. Aber es scheint nur einen Weg zu geben. Na dann belief. Meinst du, ich kann seinen Arsch mal anfassen? Ja. Also für eine Doppler-Subbombe wird das funktionieren, ja. Ja. Einmal für die Motte. Ein geiler Motten-Arsch. Ein geiler Motten-Arsch. Ein geiler Motten-Arsch. Ein geiler Motten-Arsch. Ja, Motten haben schon was Erregendes, oder? Ein Motten-Arsch. Egal, Motten-Arsch hat sich auch irgendwie wild an. Ein richtiger Motten-Arsch, ey. Och nee. Ist das wie ein Labyrinth? Och nee. Also es gibt auch immer einen Weg da. Hier gibt's irgendwas mit leuchtenden Pilzen. Und da ist noch ein Weg. Voll mit den leuchtenden Pilzen, oder? Ja. Aber im Sprint. Meinst du, die fickt mich jetzt nicht mehr? Nö. Okay, aber hier ist Sackgasse, wa? Die Motten sind immer bei den Pilzen am Start scheinbar. Dann geh den anderen Weg. Hallo! Ey, Digga, es ist einfach so scheiß dunkel die ganze Zeit, dass einfach die Reflektionen vom Licht in meinem Zimmer auf meinem Bildschirm einfach dafür sorgen, dass ich noch weniger sehe, ey. Boah. Was war das? Hast du gehört? Nee, was denn? Oh. Was denn? Oh. Also Motten... Machen das glaube ich nicht. Ich bin der Mottenmann, Junge. Ist das das Ziel, Meister? Wer ist der Mottenmann? Das sieht auf jeden Fall relativ hell aus. Ist der Spawn wieder. Da ist auch eine Motte. Äh. Oh, das sieht doch gut aus. Nee, du bist wieder am Anfang, oder? Nee. Oh? Bitte. Ist der Spawn? Bitte! Mieser scheiß Profi, Alter! Und der Spawn. Neee. Das sieht aber gut aus. Das sieht aber gut aus. Ich bin der Spawn, aber es geht weiter. Ja, warum nicht? Ja, und direkt am Anfang... Alter, fick mich, ey. Erstmal eine Dreiteilung, Alter, hier. Links, rechts... Da sind wieder Pilze, ne? Da könnte eine Motte sein. Oh. Aber es ist wieder ein bisschen heller jetzt. Da ist auch eine Motte. Da ist auch eine Sackgasse, ne? Da ist auch eine Motte. Mann! Was ist das für eine schmutzige Fickscheiße? Äh. Na ja, das sieht nicht gut aus. Nein. Da ist auch nirgendwo irgendwas. Oder? Da? Ja, der sieht gar nicht so kacke aus, der Weg. Digga, Carry. Digga, bin ich hier einfach wieder am... Was ist das für ein Fick, ey? With this song, tell him my hola. With this song... Ja, das einzige, was besser sein kann, als Inside the Backrooms in dieser Mottenhöhle zu spielen, ist Inside the Backrooms in dieser Mottenhöhle zu spielen, während Marvin mir irgendwas vorsingt. Äh. Ich bin Eis gerade im Kreis gelaufen. Aber ich sehe auch... Oh! 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 Ist irgendwas... Irgendwas hat geraschelt hinter mir, keine Ahnung. Ja. Oh, ich hab... Hallos. Hallo! Oh! Da ist ne Brücke! Aber... Diese komischen, gruseligen Geräusche sind sehr laut hier. Was steht da? Lass uns an wobei gehen. Äh. Diese Brücke müsste hier seit Jahren gewesen sein. Ich würde nicht zu viel Stress darauf legen. Ich würde auch nicht... Also entweder durchrennen oder... Pfff... Lalalala... Lalalala... Aaaaaah! 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 Ach, jetzt muss ich mich hier schon wieder durchquellen. Marvin, mal an! Ja, was soll ich machen? Ja, ey! Vielleicht nicht an den ersten zwei Metern sterben? Ey, das war ein... Ich wollte einen Speedrun machen. Aber das Game ist nicht für einen Speedrun gemacht scheinbar. Ja, doch schon. Du musst nur wissen wie. Kann ich nicht einfach da rausklettern da oben? Egal, was... Irgendwelche komischen Tröpfchen von oben? Die dich antropfen? Excuse me. Äh. Oh! Äh! 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 Da war einfach neu... Äh! Äh! Hä? Äh! 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 Ich bin... Äh! Ja! 3... 2... 1! Abfahrt! Wie assig war das denn, dass ich einfach... Da kam einer raus, dann lauf ich vorweg? Und dann kommt aus der nächsten Ecke noch einer raus! Oder... Oder das war ein... Kreis, wo er durchgelaufen ist. Oh mein Gott, ey. Ja, ich lass dich jetzt mal vorgehen, ne? Aber hier waren keine Motten mehr. Hey, hab ich schon Licht an? Hier kam noch einer angelaufen, oder nicht? Ich hab Angst, dass mir jetzt irgendein Typ mit einem gelben Anzug davor läuft und ich weiß, ob das normal ist, oder... Nee, immer wenn er sagt, hey, hello, dann musst du rennen. Da hinten! Ja, da hinten ist einer. Was machen wir jetzt? Lichtquille aus, Lichtquille aus, Lichtquille aus. Oh mein Gott. Ja? Wird zurück? Läuft da gerade noch lang? Leuchtet da irgendwo? Ey, Dinger, ist das ein Lacki- Marvin, jetzt machst du für mich zu Ende, ja? Ich hab verkackt. Hey, aber, äh, wieso, also wie? Einen anderen Weg suchen dann, oder? Ah, weißt du auch nicht. Mmh, 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 mmh. Oh, oh. Oh! Ich geh von da kam. Warum? Was machst du? Ich wurde gerade schon, wurde gerade schon verfolgt von einem. Ochst du gerade auf den Boden? Ja, ich bin gerade vor allem weggerannt. Der genau von da kam, wo du gerade hinschaust, ja. Scheiße, ey. Ey, ich kann mich nicht rein, ey. Ey, dass es so scheiß dunkel ist, meine. Und doch alles gleich aussieht. Er ist ja einfach alles felsen. Ich folge dir jetzt. Ich hab, ich seh, zwar nichts mehr, aber... Oh. Oh. Ah, ich glaub, es sieht gar nicht so kacke aus. Wo bist du? Oh. Oh, oh, oh. Geht's nicht lang? Läufst du gerade? Läufst du mich gerade an? Hier? Ja. Drehe ich mal nach links? Ja, okay. Oh. Danke. Hä? Ich dachte, was ist hinter mir? Oh, ich glaub, ich glaub hinter mir kommt was. Ne, hinter dir ist nichts. Oh, oh, oh. Oh. Was zum... Ficking, fucking, Fick? Die Taschenlampe? Geh mal weiter. Ey, lass mich mal vorgehen. Hier vielleicht an der Seite lang? Nein, natürlich nicht. Oh, aber ist doch nicht der Ausgang. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. Ich bin erschrocken, ey. Fick mich. Hast du überlebt? Hä? Hast du überlebt? Nein. Oh, fuck mich, ey. Da waren wieder zwei, Mann. Wie sollen wir das überleben? Aber ist es dann einfach falsch da, oder? Ja, ihr habt keine Ahnung. Ey, ich hab jetzt ein Walkie-Talkie und eine Taschenlampe. Stigger, die Hose ist schon richtig nass, Alter. Hose nass, ja. Ja, ein geiler Name. Guck mal, hier ist Licht. Ich folge jetzt einfach dem Licht. Speedrun. Ich glaube, das ist gar nicht so kacke, was sie gerade machen. Kann man sich vor denen irgendwie verstecken? Ja, nur zurückrennen, glaube ich. Oh, das sieht gut aus. Ich glaube, ich habe den Weg. Oh, ich werde gefickt. Ich werde gefickt. Bitte machen einfach, ey. Bitte beende. Du bist tot, ne? Ich bin tot. Okay. Nächster Raum. Hose nass. Ich bin die ganze Zeit so rechts gelaufen. Richtig im Fullspeed. Kein Speicherpunkt, ey. Oh, Mann. Da war bestimmt wieder ein Speicherpunkt. Ja. Ja. Speicher. Das sieht gut aus. Speicher mich. Speicher mich. Meinst du, hier muss ich rüberspringen? Spring. Never. Was ist denn da hinten hier? Bring. Was ist das? Spring doch mal. Da einfach rüberspringen? Never passen. Spring doch mal. Willst du mich tot sehen? Ne. Vielleicht ist der unten, wieso weißt du, wie so ein Brunnen? Da unten ist der Ausgang. Ja, weil diese Tür mich anleuchtet, muss ich natürlich in den Abgrund. Hier ist fake. Das soll ich verarschen nur. Never, Digga. Im Leben nicht. Spring doch einfach einmal. Digga, dann müssen wir die ganzen Bums wieder von vorne machen. Im Leben nicht. Nein, das war ein Speicherpunkt. Digga, laber mich doch nicht voll. Oh, hier. Guck mal. Jede von den Gartstür ist ein Speicherpunkt. Einfach hier hochgehen. Guck mal, wer ich da jetzt rüber geschwungen, du mieser Lappen, ey. Hä? Ihr hätt es immer gönnen können, ey. Hi. Guck mal, hier war wir schon mal. Ja, das ist Eisgarten Level 1. Hallo. Sind wir durch? Haben wir es geschafft? Hello, my homies. Guck mal, da wird noch renoviert. So weit waren sie doch gar nicht. Hier ist ein Mandel, Wasser, Mandel, Wasser, Deko. Könnt ihr erst mal? Hier. Warte, ich drücke den Knopf. Nein, bitte drück keinen Knopf. Ich hab den Knopf gedrückt. Oh, hier kommt ein Film. Hast du hier ein... Hier hast du... Ähm... Eine Symbolleiste von drei Stück an der Zahl? Irgendwas? Was? Irgendwas mit einem Herz, Kreis, Stern oder so ein Kack. Hier, guck mal. Eins und zwei hatte ich gerade. Die eins und zwei. Ja, was hier auf dem Bild ist. Was soll ich mir das sagen, Digga? Was ist das für ein Zeppel? Das war hier irgendwie. Also, irgendwo an den Ecken vielleicht? Warte mal. Wir bekommen die Zahlen. Also, wir brauchen ja zwei... Wir brauchen insgesamt drei Zahlen. Aber was ist das für... Ist das eine Klavierseite unten links, Digga, Brudi? Was ist das, äh... Äh? Ein Notenblatt? Du kannst dir das auch angucken, ne? Guck mal, du löst jetzt das Rätsel und ich gehe kurz... Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Eins, zwei, drei. Da ist ein Pfeil noch da. Hä? Das ist immer anders. Was soll man das denn sagen? Okay, ich muss nochmal den Zettel angucken. Okay, wir haben hier ein Safe. Ah, warte mal. Was mir dieses Ding sagt, check ich... Warte, ich kann das hier einklinken. Ah, okay. Äh, also was mir der komische Kasten mit den Strichen da gibt, was aussieht wie ein Zaun. Kein Plan, was das ist. Eins, zwei, drei. Sind nämlich an... Symbole. Das erste, das zweite, das dritte. Das kann ich Marvin durchgeben. Das ist, glaube ich, relativ easy. Oder ich mache es selber. So, Muchachos. Das müsst ihr vielleicht... Ah, ja, okay. Warte, ich habe es... Hast du das Rätsel gelöst? Ich ficke in dein Arschloch, aber ja. Äh, mach Viereck zuerst. Viereck. Kreis. Kreis. Und jetzt... Pfeil. Pfeil? Pfeil. Ja. Ging auf. Kettensäge. Digga, wie hast du das hinbekommen? Ja, easy. Digga, ich habe jetzt eine Kettensäge. Was kann ich damit machen? Da sollst du vor uns hier einen Winkler freisägen. Siehst du, was ich für ein scheiß Profi bin? Kannst du es mal anleuchten? Ich sehe nichts. Mach doch auf hier. Ich sehe nichts, du Lappen. Mach doch hier mal. Ja, geht doch. Aber ist das denn so dunkel da drüben, Alter? Ich habe auch keine Ahnung. Ist das eine Taschenlampe? Alter. Taschenlampe habe ich. Oh, du bist... Okay. Hä? Wie bin ich jetzt gestorben? Hä? Du bist einfach umgekippt. Hä? Ich habe keine Taschenlampe. Ich kann dir nicht mehr zuschauen. Hä? Hä? Ich bin auch tot. Nee, ich glaube, das war richtig. Ja. Lol. Jetzt können wir... Können wir den jetzt Kettensägen, den Typen? Hä? Ich bin alleine. Ja, ich auch. Guck mal, ich glaube, wir müssen den Typen jetzt Kettensägen. Das Monster. Ich bin umbewaffnet. Ich habe eine Kettensäge. Dann vielleicht auch nicht. Vielleicht muss ich wieder irgendwas aufreißen, weißt du? Oh mein Gott, ey. Ich glaube, irgendwo, wo es so... Warum ist er getrennt? Ich habe das Rätsel gelöst, Alter. Marvin hat einfach eine Kettensäge geschenkt bekommen und hat jetzt irgendwie ein Ding zum Verteidigen und ich bin hier einfach mit einer Flasche Mandelwasser, Alter. Digga, hauptsache du hast Mandelwasser dabei, ne? Oh mein Gott. Hier, ich sehe den schwarzen Pfeil. Folge dem schwarzen Pfeil. Wahrscheinlich wieder gelogen, oder? Kann man durchrennen oder hat man Ausdauer? Man hat Ausdauer. Halt mich, ey. Okay, ich kann nur hier lang. Äh? Oh, schwarzer Pfeil. Ach, bist du auch bei einem schwarzen Pfeil? Ja. Dann sollte ich hier gleich mal warten. Wir können uns hier wieder neu justieren. Ja, dann warte ich hier. Lauf mal weiter. Habe ich gerade deine Taschenlampe gesehen? Ja. Hi, bist du das? Ich habe nicht meine Taschenlampe. Ja, das bin ich. Willst du die Kettensäge von mir haben? Hier. Ja, das ist ja. Wow, 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 wow. Er macht sie einfach auch an. Ja! Ich hab... Er rett einfach in meine Kettenreise. Genau, er rennt rein. Vielleicht sollten wir nicht in die Fitzen reinlaufen? Okay. Weiß der Chaco dann das Spaghetti-Monster, wo wir sind? Ich bin da schon durchgelaufen, einfach. Das sieht gut aus, hier. Hier sind viele Pfeile. Das kann doch nur gut sein, oder? Ja, wir brauchen dich, oder? Nee, ich kann so durch. Aber ich habe hier auch eine Kettensäge. Was steht hier? Pull all the layers and run through the gates so it can follow you. Okay, wir müssen vier Dinger nach unten ballern. Okay, das heißt, ab jetzt werden wir auch verfolgt. Pull all the layers and run through the gates so it can follow you, ja. Oh, hier. Nummer eins. Alter! Weg hoch! Du blockst den weg, ne? Oh, ich kann gar nicht! Marvin, halt durch! Ich habe die Tür geöffnet, die erste. Lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Äh. Oh. Hier ist nix. Es gibt ja tausende Türen. Ja, aber der verfolgt dich nur bestimmt weit, oder wie? Ja, ich bin komplett zurückgerannt zu den schwarzen Pfeilen. Hast du schon irgendwas gefunden? Ach, hier warst du drin. Ich habe eine Tür aufgemacht, ja. Okay, darin kann man sich scheinbar verstecken, oder? Ja, ja, kann man. Aber sonst ist da nix. Hier die Tür habe ich aufgemacht, aber da war nix, außer ein Energy-Riegel. Er war irgendwo rechts von uns. Oh, hier kann man sich auch verstecken, Deko, hier, ne? Geil. Hinter dir, hinter dir, Deko? Was ist? Oh, da ist er. Da kann man sich verstecken. Ja, ja, aber da vorne ist er. Warte, erst mal aufmachen. Wie hört ihr das, wenn wir hier rumsägen? Oh, hier ist ein Riegel. Oh, ja, komm. Arfi, geht zur Seite, geht zur Seite, geht zur Seite. Ah! Ich sehe nicht. Ich sehe nicht. Ist er hier? Irgendwo, was ist das für ein Kabelmonster, ey? Guck dir, wie ich das Kabelmonster an, ey. Oh, so sieht es bei mir unter dem Tisch aus. Ich wollte gerade sagen, so sieht das bei meiner Kabel-Sanne aus. Meine Steckdose, meine Mehrfachsteckdose. Okay, also reinrennen und dann rechts, okay. Ein Ding noch, Deko, ein Ding. Mach das die letzte Dinge auf hier, oben. Oh, was der für ein Lauch ist, er sieht das nicht. Darf irgendwas drin? Mandelwasser. Okay, nächste Tür auf. Ja, aber wie geht man die Tür auf? Weil hier auf der anderen Seite, da ist ein Hebel. Ach, ein Hebel? Echt? Ja, guck doch. Oh, fuck. Nein. Er hat mich, er sieht mich. Da auch. Ah, hier ist noch, hier ist noch. Schnell, schnell, schnell. Oh! Ich bin im Lüftungsschacht. Ich bin in der Tür. Ja, ich glaube, er ist nicht wieder verfolgt. Ah, doch, da ist er. Er steht vor meinem Lüftungsschacht. Kann er Türen öffnen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich hoffe auch nicht. Ich mache jetzt, glaube ich, den Raum mit dem Hebel von hinten auf. Oh, oh, okay, ich gehe weiter. Oh. Ich sehe einfach nichts. Aber er schreit gerade nicht. Er geht gerade weg. Warte mal, vielleicht kann ich schleichen. Jetzt hinter ihn lang. Nein. Was los? Ich bin im Raum drin, den ich hier hatte. Aber warte mal. Oh, oh. Ich renne. Oh, mal, wir gucken mal durch die Tür mit dem Glasfenster. Oh, da bin ich gerade nicht mehr. Oh, hier kann ich eine Tür aufmachen. Oh, bist du da? Ich habe den ersten Hebel gehebelt. Oh, hier gehe ich jetzt nichts. Oh, hier kann ich irgendwo von hinten eine Attacke machen. Da gehe ich mal durch. Oh, das komme ich hier nicht. Ach, da bist du. Halt, Hiko. Hallo. Oh, da kannst du die Tür aufmachen. Oh, ich bin hier gerade. Ne, kann ich nicht. Ja. Ich glaube, wir haben nur eine bestimmte Zeit. Genau, das wollte ich gerade sagen. Jetzt würden die Hebel nachher Zeit wieder umgehen. Oh, no, Brody. Okay, dann müssen wir erst mal schauen, wo die alle sind. Schau, das erfick mich. Und hinten? Oh, fuck. Ah! Ey, er hat auch meinen Arschloch gestreichelt gerade, Alter. Oh, ich muss Mandelwasser trinken. Alter, war das krank, ey. Musste ich auch gerade. Dicke Eier, Kartoffelsäule. Kannst du wieder durchgehen? Ja, wieder weg. Boah, Alter. Dicke, er ist auch immer gleich laut. Kann das sein? Keine Ahnung. Mach hier irgendeine Tür auf. Nein, ich bin hier wieder am Spawn, oder? Nee. Nee, ist nicht der Spawn. Oder? Hebel, Hebel, zwei. Aber der erste ist schon wieder zurück. Der erste ist schon wieder umgesprungen. Echt? Nein, nee. Weil übrigens eine normale Holztür ist. Oh, ein Hebel hinterher. Okay. Ja, dann müssen wir... Oh, hier ist auch noch ein Hebel mitten im Gang. Okay. Und hier ist das Tor. Oh, warte mal. Kann ich mich hier irgendwie verstecken im Notfall? Okay, da kann ich mich verstecken. Marvin, du musstest mal einen Hebel finden, bitte. Ja. Ja. Einen. Oh! Er kommt zu mir, glaube ich. Ja, er kommt zu mir. Oh! Oh! Oh, ich hab was, oder? Oh! Ja, ich hab einen. Nur noch einer fehlt. Oh! Nur einer. Der erste. Der erste. Kannst du da hin? Nee, das Monster ist gerade bei mir. Oh, warte. Komm, mach ihn auf, den ersten. Ich weiß nicht, wo. Ich weiß nicht, wo ich bin. Wo wir zuerst waren. Der Betal-Tür. Ob wir uns von hinten reindingsen mussten durch den Lander. Ja, ist das hier? Ich hab keine Ahnung, Bruni. Ach, hier war das. Okay. Hier. Bitte schnell. Nein, der andere. Ah, ist wieder einer umgesprungen. Ach, f*** mich, ey. Okay, ich versuch die jetzt nochmal. Oh, das wird jetzt richtig brutal knapp, ne? Aber hier links. Okay, den einen kann ich gleich wieder machen. Oder bist du da schon? Oder? Ja, ich hab einen gemacht jetzt. Okay, ich bin jetzt gleich bei dem. Oh, ich kann nicht laufen. Ich brauch wieder Mandelwasser. Sonst schaust das gleich mit mir. Oh! Okay, Deko. Oh! Einer ist wieder zurückgegangen. Oh, leck mich, ey. Ich hab jetzt wieder einen. Ja, ich weiß gerade, ich weiß nicht, wo der zweite ist. Oh, oh. Hast du wieder einen? Ich hab den einen jetzt, ja. Jetzt müssen wir uns bei einen. Oh, ich hab auch kein Mandelwasser, Digga. Jetzt muss ich wirklich schnell machen, sonst bin ich gleich weg. Oder hab ich noch Mandelwasser? Ne, ich hab alles andere, aber kein Mandelwasser. Ich hab noch einen Mandelwasser. Oh, oh. Deko. Run, boy, run. Irgendwo fehlt noch ein Hebel. Oh! Er ist wieder in meinem Arsch. Er ist in meinem Arsch. Ich bin tot, Deko. Mandelwasser hat mich zerstört, ja. Fuck, ey. Digga, alleine. Viel Spaß, ey. Ich weiß nicht, wo die anderen Hebel waren. Digga, zu viert muss, bis wir das eben... Oh, du Gott. Ja. Digga, gut so. Boah. Er ist noch rechts von dir. Rechts. Ja, ja, hab ich gesehen. Okay. Digga. Okay, das ist das erste Ding gewesen hier. Er ist gerade da hinten irgendwo. Ach, Bruder. Bruder, 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 Bruder. Bruder, Bruder. Oh, hier ist deine Leiche. Kannst du ein? Ja. Da ist auf jeden Fall der erste. Ich würde gerne wissen, wie viel Zeit man hat. Ich würde schätzen, so eine Minute oder so. Guck mal, weil der ist ja auch schon wieder. Alter, alle. Weißt du, wo die anderen sind? Irgendwo Richtung Ausgang auf jeden Fall. Nein, warum denn jetzt? Ich habe keine Zeit für dich, du, dieser Schwanzgrabscher. Eieieiei. Jetzt muss ich hinter ihm herlaufen, ne? Oder neben vorbei rennen. Renn mal neben vorbei. Nimm so eine Flasche Wasser. Flasche Wasser, Flasche Wasser nehmen. Habe ich nicht. Mach die. Achso, okay. Aber ich glaube, der ist auch schon wieder zurück, oder? Brauchst du mal, wollen wir das Level restarten? Noch mal von vorne? Nee. Okay, der kotzt sich durch. Ich schaffe das. Ich bin gespannt. Dann sollte das Kleidung machen. Einer war mitten im Gang. Einer war, und zwei waren, glaube ich, einfach nur in normalen Zimmern drin. Du hast aber richtig viel Zeit. Okay, Abfahrt. Alles nehmen und dann bam. Hast du alles genommen? Jetzt das Wasser, in der Regel habe ich schon. Fühlst du dich schneller? Nicht so richtig eigentlich. Krass. Ich dachte auch, du wärst richtig schnell. Ich hab Angst, dass du hinter dir noch irgendwo ist. Nee, nee, nee. Hinter dir, kann ich dir sagen, ob da irgendwas ist? Nee, der Riegel. Ich noch brauche. Oh, wieder was? Okay, geil. Gönn dir, Digga. Gönn dir. Oh, geil, du packst das, ey. Da ist der letzte, glaube ich. Aber ich brauche noch einen. Ja, der war dann vielleicht ganz, ganz am Anfang. Hinter dir ist safe. Ist noch nicht um die Ecke. Ist noch nicht um die Ecke. Ja, geht er rein. Tür zu, da ist er, ja. Oh, das ist nice. Digga, einfach random da langgegangen, ne? Check das erstmal. Hab ich noch einen Riegel? Du kannst jetzt schaffen. Digga, du kannst jetzt schaffen. Guckst dir nur kurz an. Was für ein schmutziger Chaco, Alter. Ich war durch, ey. Digga, du warst eiskalt durch, Mann. Digga, meine kleinen Nusche, Digga. Meine kleinen Nusche. Nee, bei mir, bei mir, bei mir. Alles safe, alles safe, alles safe. Mach bei dir Attacke. Das Ding ist aber, ich habe jetzt keine Motorsäge. Du hast keine Motorsäge? Nee, auf dem Tisch lag nur eine. Oh. Dann komme ich zu dir jetzt. Ah, okay. Ich sehe nichts. Digga, wie viel Rauch immer. Ja, ich folge dir. Ja, hier sind wir am Anfang, jetzt die Linkskurve. Oh, hier ist das Mistviech. Mach gut, mach Platz. Mach Platz, mach Platz, mach Platz, mach Platz für mich. Mach Platz für mich. Oh, das war knapp. Alter. Gerade rechts hätte ich das, die Gag. Alter. Okay, wir lassen ihn erstmal gehen, ne? Hallo. Hallo. Okay. Geht doch rechts rum. Du musst doch zur Tür. Ach so, das Ding ist ja... Lol. Ich dachte, wir wären noch verbarrikadiert, ey. Sind die anderen Türen verbarrikadiert? Wenn, dann können wir jetzt ja mal einfach versuchen. Eigentlich können wir jetzt versuchen, ja. Aber ich muss ja nur zur ersten Tür zurückkommen. Dann aktiviere ich jetzt meinen... Oh, Alter, ich nehme jetzt den Saft. Dann versuchen wir es jetzt. Nee, kein Riegel, aber einen Saft. Okay, dann ballere ich mir schon mal einen Saft. Das Viech geht gerade zur ersten Tür zurück. Okay, dann können wir auf der anderen Seite nochmal richtig Attacke machen. Es geht los. Okay, ich habe den zweiten. Also den dritten eigentlich. Die Frage ist, kannst du den ersten machen? Welchen ersten? Wo wir zuerst waren. Den du nicht gemacht hast. Den ich nicht gemacht habe. Ach so. Ähm, der war ja irgendwo da, ne? Am Spawn irgendwo. Ja. Weil dann könnte ich jetzt schon durchlaufen. Der war irgendwo rechts, ne? Scheiße, ich hoffe, die kacke finde ich, ey. Bitte finde es. Irgendwo hier, ne? Ja, und der ist links rum? Ja. Irgendwo da. Irgendwo hier? Okay, und dann schnell. Ich habe den vierten hier. Oh, hier Tür bei Tür auf oder hier? Schnell, Marvin. Wow, ich werde attackiert. Nee. Der Chaco ist bei mir. Kann nichts machen. Wir kennen die Wochen der letzten. Der ist direkt an meiner Tür. Wir brauchen den Marvin. Ja, warte. Ich renne. Ich renne, ich renne. Irgendwo hier war das, oder? Hier hinter. Hier. Ja, ich glaube, ich habe es. Hier. Hier war das, oder? Ja. Ja, 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 schnell. Noch läuft es. Ja, habe ich. Okay, ich bin raus. Ja, ja, ja. Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich. Scheiße, ich weiß nicht wo. Einfach durch. Hier. Ich muss die scheiße Allerung finden. Warte, ich komme zurück. Ne, 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 warte mal. Mach lieber safe hier. Oh, war ab, der Typ ist ja nur. Wie lange bei dir? Oh. Oh. Es sind wieder nur zwei, ne? Also, bist du schon drin jetzt, oder? Das Tor ist offen. Das Tor bleibt auf. Ach so, das bleibt auf. Okay. Ja. Okay, ich beeile mich jetzt. Deko? Einfach nur die Decke. Ja. Hier, hier, hier. Nein, 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 nein. Oh. Ja, 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 ja. Ich habe keinen Ausdauer mehr. Los. Aber haben wir, ne? Oh, yeah. Ja, ja, ja. Es war aber auch, ne, ne, merkwürdige Art hier, ey. Lass mich durch, ey. Warst du geöffnet? Äh. Ich dachte, damit geht es zu. Ich will, jetzt haben wir es nicht. Egal. Äh, jetzt läuft es uns hier noch hinterher, ey. Was ist das für ein Scheiß? Warum hast du es aufgemacht, ey? Musste man das aufmachen? Ich muss hier irgendwas eintippen. Hier ist ein Zettel. Ja. Ja. Mit lauter Fragezeichen. Toll. Ja, und ja. Können wir irgendwas aufmachen? Ah. Äh, nimm den Zettel. Also wir gehen an das Ding ran. Wie viele Nummer musst du eingeben? Wie viele Ziffern? Eins, zwei, drei. Sind das sechs? Boah, Wolf. Keine Ahnung. Was soll ich das wissen? Okay, mach mal drei. Äh, drei. Ja. Ja. Hallo. Bist du noch da? Hallo. Okay. Oh, Deko steht hier auch einfach nur. Äh, hallo? Hi. Ja. Was, äh, was, äh, ist da sowas passiert? Ah, da. Also es wäre aber vier. Vier, unten da. Das heißt, es wäre. Okay, also. Vier, eins. Warte, ich muss den. Äh, kann ich den irgendwie resetten? Einfach, mach einmal. Tick, tick, tick. Äh, alles eingehen, was du kannst. Okay, passiert nicht. Was, falsch. Vier, eins, fünf. Äh, ja. Drei, eins, vier. Bam, Dega. Skidda. Oh, yeah, Baby. Sherlock, ihm wurde durchgespielt. Hallo, Netsu. Hallo, Netsu. Dega, haben wir es nicht mal langsam. Äh, ja, jetzt sind... Oh, das kennen wir doch. Wo du rüberspringen wolltest. Nein, wo du rüberspringen solltest. Oh, schade, ich habe gehofft, hier war so ein kleinen, so ein kleinen Jump Puzzle zu kriegen, ey. Nice. Ja, sind wir raus? Sind wir frei? Und wir haben beendet? Ist ja irgendwo noch ein... Ah, hier, guck, hier. Lock the doors behind you. Ah. Ich weiß nicht, wo wir hingehen müssen, aber wir sollten auf jeden Fall die Türen hinter uns schließen. Also, mach die Tür jetzt schon mal zu. Und ab... Absperren sogar? Nee. Nee, okay. Emergency Alert System. The Town Authority has issued an emergency evacuation notice. Please evacuate the nearest designated quarantine center. Oh, fuck, ich habe, äh, hallo's. Ja, ich habe hier schon Arschwasser. Einmal Wasser habe ich. Äh, was ist draußen? Perfekt. Oh, ich habe hier die Garage. Meinst du, wir dürfen jetzt rausgehen? Ja, ne? Oh, ich habe hier... Ich kann hier Doors behind me locken. Die denn? Achso, da. Die haben so einen Schieber. Ah, okay. Dann sollten wir dann irgendwo da rein gehen. Ja, da habe ich nichts mehr gefunden. Aber wo soll ich denn? Wir sollen... Kommst du? Oh, ich habe was... Oh, da läuft was. Da stapft irgendwas. Ich bin zum Glauben nicht da. Ich laufe auch Richtung Mond. Da stapft was? Echt? Ja. Da ist gerade irgendwas Riesiges einmal vorbeigelaufen. Oh, hier ist ein... Hier ist ein Zaun drum. Ja. Ist das hier nachts Quarantine-Ding? Dann laufe ich rechts dran vorbei. Weiß nicht, ob ich hier irgendwo mal... Was heißt das denn jetzt? Connection interrupted. Locked. Ich komme hier nicht rein. Aber das ist das Ding. Hier müssen wir hin. Okay, hier komme ich auch nicht rein. Ach du. Vielleicht müssen wir in irgendwelchen Häuser noch was suchen, weißt du? Okay, lock the doors behind me. Ja. Das Ding ist bei mir. Bei dir? Okay, geil. Der stapft gerade genau an dem Quarantäne-Ding rum. Okay, ich weiß nur nicht, wie wir das Quarantäne-Ding aufmachen. Ja, ich schaue gleich mal. Du hast ein Maschendraht-Tor ist zu. Maschendraht-Zaun in the morning. Hast du jetzt zugemacht? Nein, nein, nein. Wo nicht? Jetzt haben nicht alle Dinger... Äh... Was auf? Was wüsste denn? Ich balle mir jetzt ein Riegel und ein Wasser. Alter, was ist das für ein Viech? Weil es ja nicht bei mir ist, kann ich ja gerade so ein bisschen, äh, was machen. Oh! 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 Oh, ey! Digger! Die können doch eine Tür dir dazu machen, Alter! Das kann ich doch nicht locken hier! Die einfach Stunweisung! Die kann ich doch nicht hier locken! Wichtige Muschi, ey! Digger, wir einfach reinkommen, was zu sagen, nur wie Salatten, ey! Okay, wohin? Ich hoffe, das ist richtig schön eingeschissen. Also hier aus der Tür raus, nach links, ist das Quarantäne-Center. Direkt gegenüber dieser Zaun. Ja. Ist das? Bist du raus? Ja, ich bin wieder rausgerannt. Auf der Stelle, ja. Ich weiß aber nicht, wie wir den Scheiß aufmachen. Ah! Ah! Ich bin tot, Digger! Äh, warum? Äh! Ja, weil er hinter mir hergelaufen ist! Es gab eine... Oh, fuck! Hey, das ist ein riesiges Auge! Alter Schwede! Muchachos, ich würde sagen, die anderen Level oder das restliche Game zocken wir da beim nächsten Mal durch. Scheiße, man! Aber wir gucken nochmal ganz kurz, hier geht's dann rein, ja? Ja. Ich hab gerade Chat gelesen, dass wir irgendwelche PCs hacken müssen. Ja, wir müssen da rein, da rein und da rein. Okay. Ah, okay, die drei leuchten. Ah, okay, check. Hast du das vorher nicht gerafft, oder was? Ja, okay. Doch. Gut, Muchachos, dann, ne? Dankeschön für euren Support und nächstes Mal sehen wir hier weiter durch. Easy. Oh, yeah.